Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, wie ihr bestimmt seht, in Minecraft mit dem Lukas und dem Flo. Wir haben dieses Projekt gegründet mit dem Namen Minecraft Apes, weil wir ein bisschen vorhaben, einfach rumzugammeln bzw. zu bauen und auch eine gewisse Hintergrundstory und Story dabei haben. Diese erfahrt ihr aber natürlich erst in den nächsten Folgen. Hi! Hallo, ich bin Lukas. Ja, im Grunde genommen geht es eigentlich darum, dass wir drei ausgestoßen sind und uns jetzt im Wald getroffen haben. Ja, genau so sieht es aus. Mir vielleicht jeder noch seinen Beruf oder seine Bestimmung kurz vortragen. Also möchte einer von euch beginnen, wenn ich, nehme ich gerade den Vortritt. Ja, ich bin der Farmer, also ich kümmere mich roundabout essen, farmen, vegetarisch oder mit Fleisch. Okay. Soll ich weitermachen oder möchten Sie? Mhm. Also, ich war meiner vorherigen Stadt ein Minenarbeiter, habe mich rund um, plump gesagt, Steinekloppen beschäftigt. Was bedeutet, ich habe minimale Kenntnisse, wenn es um Stein- und Reichzeugarbeit geht. Und deswegen würde ich auch wieder in die Richtung Berge gehen, um dort einfach mein altes Handwerk wieder aufzunehmen. Okay, und ich bin der Schmied, naja, nicht viel zu sagen. Ich glaube halt ein paar Rüstungen, ein paar Waffen, dass die Dödel sich verteidigen können und, naja, das war's eines. Schön. Okay. Okay, geht jeder seiner Bestimmung nach? Minecraft Age beginnt hier mit. Na ja, ich glaube, ich baue hier vorne, beim Sumpf. Hier, Markus. Ja, ich gehe da auf die linke Seite vom Fluss. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen da zu weit aus den Händen, oder? Nee, ist ja gar nicht so weit. Oder, ja, ich bleibe wahrscheinlich auch erstmal jetzt hier. Oder wo willst du denn bauen? Weil ich will mir, ja, wenn du da gehst, ich gehe erstmal nach hier unten und baue mir so eine kleine Fischerhütte. Wohin? Oh, ja. Boah, ich hab's richtig Bock, mich zu verkünsteln, Alter. Ja, und nochmal so an alle Zuschauer, eigentlich ist das Let's Play mit Roleplay-Charakter, aber in der ersten Folge findet man, oder finde ich, bzw. wir, das immer ein bisschen doof. Deswegen, deswegen fangen wir die erste Folge noch normal an und nach und nach entwickelt sich der Let's Play, äh, Roleplay-Charakter. Da muss ich am rechtlichen. Und dieses Scheiß-Schaf will nicht sterben. Viel Spaß bei der Arbeit. Danke. Das ist, ja, aber ich... Das heißt, ich darf ja auch Tiere und nichts töten. Nö. Das heißt, du musst in der allerersten Folge schon Roleplay-Betreiben des Gottes. Ja, easy. Time to mine, er hat einfach eine Spitzhacke. Und auch der Schmied. Ich hoffe, du bringst bald auch zu essen, gell? Ich hab schon Hunger. Tja, das Problem ist, ich darf das Essen nicht kochen, weil nur der Schmied kann einen Ofen bauen. Ja, kann ich ja dann vorbeibringen. Für meine hätte ich da ein bisschen Kohle gern. In Notfalls können wir auch erstmal Holz reinschmeißen. Nee. Nee, okay. Wir handeln die Umwelt bewusst. Holz wächst nach, Kohle nicht. Ist schwer. Problem ist halt, ich hab noch keine Möglichkeit, die Kühe da vorne zu paaren. Ich brauch schon noch zwei. Also kann ich halt hier richtig umbringen, oder? Oh geil, ich hab hier oben Wasser. Wir sind Pilze. Vielleicht kannst du uns ja eine Pilze übermachen. Ja, ich hab schon zwei Fleisch. Beziehungsweise ich hab auch schon was gefuttert. Oha. Bad Boy. Oh, hier sind noch mehr Kühe. Okay, ich hab gleich ein bisschen Fleisch von uns. Was ist das? Ich hab schon Kohle. Ich hab Clay gefunden, wie geil. Ah, den darf ich gar nicht abbauen. Scheiße, jetzt hab ich schon ein bisschen. Hab ich so, ne? Ich bin... Unterbemittelt für dich. Ich bin ein bisschen doof. Sogar für Clay. Oh Gott. Naja, er weiß schon was Clay ist, aber er kann damit nichts anfangen. Eben. Ich zum Beispiel könnte damit schon mehr anfangen. Du auch, weil wir sind in diesem Werk hier ein bisschen gebildet. Aber ist dumm. Ey, dumm bin ich nicht, ja. Bauern sind nicht dumm. Doch. Eigentlich schon. Ohne mich verhungert ihr, hallo? Ey lol, die Fackeln sind Kerzen, wie nice ist das denn bitte? Sag mal ein bisschen netter zu mir. Entschuldigung. Übrigens, ich geb euch den Typ, macht mal eh... Mach mal mit eh das Inventar auf. Und wenn ihr Fackeln habt, macht die in dieses kleine Kästchen zwischen Handwerk und eurer Puppe. Wie sollen wir Fackeln haben? Wir können keine Kohle abbauen. Ja, oder irgendwas anderes. Wie ein Schwert oder so. Das heißt, ich darf mir jetzt rein technisch gesehen auch nur ne Spitzhacke machen, oder? Du darfst ja als einziger ne Spitzhacke machen, genau. Ja ne, ich auch. Aber auch andere Waffen? Ich bin ja auch... Ne, Waffen kannst du nicht machen. Waffen kannst du nicht, ne. Du kannst nur ne Spitzhacke, ich kann nur ne Axt und ne Hoe. Na du direkt so. Beziehungsweise ne, eigentlich kann ich gar keine Axt scheiße, aber ich hab mir jetzt welche gemacht. Ja auch, du kannst ne Axt. Du bist ja auch, du bist ja Farmer. Aber Bauer können auch Holz fällen, die pflanzen ja auch. So, ich mach direkt mal hier ein bisschen Farming. Okay, jetzt wird's wirklich mit Essen zu langsam. Ey, yo, Bro. Ach, siebenmal Samen angepflanzt. Boah, ich hasse dieses Hochgespringe jetzt schon, gell? Mhm, übe. Auch üben und so. Für die ist die Flames vertiert, wir sind in Minecraft Version 1.10.2. Und ich hab ein Bett. Oh, nicht schlecht. Weißt, ich bin halt gezwungen, dumm zu farmen und er hat einfach schon so'n scheiß Bett. Wirklich, ich hab schon ein kleines Haus. Also, in Anfangs stehe ich im Haus, ich brauch mir erstmal so ne kleine Hüte her. Aber ihr wisst ja, dass alle Zwerge auf protzige oder auf richtig gut aussehende Häuser stehen. Und deshalb insofern müssen die auch ein bisschen... Du bist kein Zwerg, du bist kein Lilliputana, Junge. Kannst euch nicht Lilliputana sein, das ist lustig. Ich will Lilliputana sein, das ist lustig. Ey, ich hab euch schon mal zum Lachen gebracht, also so unwichtig ist, ne? Ne, ich bin nicht am Lachen. Ich bin nicht am Lachen. Ne. Man lacht halt über mich. Okay. Mach ich hier schon die ganze Zeit. Pfff. 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 leider dauert das so übel lange bis die scheiße wächst ich musste gerade echt überlegen was ich jetzt machen darf nichts essen nein ihr könnt ja kühe schlachten aber ich ja also ihr alle die ihr da habt könnt auch ich töten weil ich habe hier vier stück damit wir könnten überleben aber wir dürfen nicht zubereiten und nicht das kann ich kann es auch noch nicht zubereiten aber du kennst dich zum beispiel aus die fort zu pflanzen und sonst kennt ich ja nicht ja muss man wissen die musik lasse machen scheiße sterbt gleich aber ich kann nicht nehmen man darf ja doch da gemma gemma ist bei youtube ja wegen aufnahme ich habe nur die dings musik hinten die minecraft musik ja ich kann schon bäume pflanzen ach so ihr werdet es wahrscheinlich dann piepen hören und was habt ihr also also erst bis jetzt schon zweimal gestorben das spätverhung hat gerade eben mehr hat er bis jetzt nicht erreicht das kann ich auch schon machen außer mir ein haus bauen was kann ich machen außer mir ein haus bauen ja schneller wachsen kann es nicht doch du musst es nur wollen ja schön wärs also was darf ich ja nicht sagen tut mir leid ich würde gerne angel haben aber ich habe keine lust ist eine spinne zu töten und ich habe außerdem kein schwert und kann mir auch keins craften ein slime das ist ein slime das ist ein slime what the fuck was hinterflor ist ein slime und dann cool 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 nee ich baue dich da hinten rein das sieht so nice aus ok da rennt ein zombie mit einem eisenschwert auf mich zu oder nee warte was ist das denn für ein ding was denn denn oh leider greift mich an boah macht er viel schaden oh gott ja ich hab ne axt arschloch axt ich bin tot du bist tot alter ich kämpfe gerade gegen drei zombies gleichzei- oh fuck na was macht denn hier gerade ich töte gerade zombies macht immer noch schaden ich hab alleine eine holzachse schon alleine daran verplempert den zombie zu killen ja einer ist tot lol die slime-welle sind jetzt ey was ziehst du auf mich? ich baue hier nur steine ab oh 10 slime-welle gefarmt oh schloch level 2 wir sind einfach euer leben ist nie so lang oder so? junge ich stehe hier auf ne offene fläche und muss farm was willst du von mir? du sagst mir du stehst auf ne offene fläche ja ich muss mich erst in den berg rein bauen ich muss grad holz mit der hand abbauen das unten und da kommen die nächsten zwei zerspastis achso wir eben er stirb am liebsten würde ich ja gerade sagen geht mal ganz schnell vom server runter und... raus aus meinem haus was? du musst dein haus anderswo hin bauen wieso? du baust es genau in die spawn area natürlich nicht nein nein das kann nicht sein wir haben vorhin auch gespawnt also ja aber der spawn point ist immer anders zu verstehen ach egal nimm mal schlafen wir haben einen spawn point wisst du was doof? der hat mich gewonehitted alter ganz ehrlich jetzt kommt der mit times the day geit halt nicht tja ich würde ja klipp und klar sagen leaf den server er ist ne creeper was bringt es zu leafen alter dass ich ins bett gehen kann stimmt da hatte ich gar nicht gedacht ich sammle mein shit dann lief ich direkt einziger nachteil ist halt grad dass hier 3 zombies in meinem bett stehen und dass ich deswegen nicht schlafen gehen kann dann mach die weg und sobald du die weg hast dann komm ich runter weg ja mit der faust mensch ist ja auch richtig easy hallo das mach ich jeden Tag einer ist tot einer ist ich hab Möhren ich hab Möhren ich hab Möhren wie geil Möhren ganz schnell ganz schnell ich lieg im bett und lieben jetzt ich hab schon sofort ne bei mir bist du noch drin hallo bist du drinnen hallo bist du drinnen bei mir ist nur noch wolfskeller drin der hat noch nicht gelieft ich bin bei mir schon gelieft oh wird jetzt kein bug versuch mal zu pennen ich lieg die ganze zeit im bett leg mir nochmal rein warte nicht komm nochmal drauf und lief nochmal ah jetzt bist du gelieftet gut jetzt kann ich ins bett und es ist Tag anstrengende Nacht Jungs die erste Folge Junge und wir gehen einfach schon mal mit nem Todeszähler hoch in die Welt ich will einen Slime was haben die denn hier im Sumpf kommen die ja was will ich ja dich töten Anna schmeiß mich von meinem Ding runter will ich anscheißen ne das bin ich oh man ich hab jetzt noch den ganzen Spittaken und so verloren zumindest richtig spannend die erste Folge hm ich bin die Spannendste ich muss erstmal Terraforming betreiben wie nice ist das denn bitte ich nicht ich hab mein Haus der Umgebung angepasst ich nicht ich hab mein Haus der Umgebung angepasst hm hab ich nicht ich brauch Holz ich brauch's erstmal Holz ne nicht kommt vorbei ne ich brauch's erstmal Holz ne nicht kommt vorbei ne ich will eigentlich nur die Spinne killen komm 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 genau komm noch ein Stück damit die Witch mich nicht angreift wieso wieso one-hitted einer alles oh schwer achso hä schwer ich hab mich noch full life fahrt und jetzt one-hit ich sie und ich hab keinen Faden gekriegt ach toll das was ich will krieg ich natürlich nicht weil ich zum Fahren hätte ich angeln können dann hätten wir übel schnell Essen gekriegt welches du nicht kochen darfst nice ja ich kann nur noch nicht kochen weil ich keinen Herd hab kann eigentlich ein Bauer Bauer kann eigentlich schon kochen fischen ja klar ich kann kochen aber ich hab keinen Ofen ach stimmt du darfst ja keinen Stein fahren ich hab aber ne Kiste ein Herz aus Schmied und dann schmied hast du das ja auch ja ich brauch immer irgendwie Sextüren bin ich behindert Sextüren ich bin behindert weißt du immer das zu viel gemacht aha schön ich hab grad elf Buttons gemacht brauch jemand Button hehehe vielleicht ein anderer machen ja wenn ja vier Türen brauch ich dann gern ich tausch gern ihr nehmt das mit dem Tausche gleich an oder was na klar wir können ja tauschen du kriegst von mir so viele Buttons wie du Türen hast und ich nehm dir ein paar Türen ab dann hab ich davor noch Buttons Pfff pfff äh boah meine Folge wird super spannend ich mach erstmal terraforming ja richtig krass äh ich hab das jetzt auch richtig Spannendes getan Bäume gefällt, Bäume gepflanzt Gras gefällt, Gras gepflanzt äh das hört sich voll voll sein ich baue Mariohane an und das Springe geht mir so hart auf den Sack äh entspann dich doch ich hab'n Apfel okay mhm Tafik, Ressourcen, Musik, Geräusche, Steuerung Steinschwert automatische Springen außen nice echtes gibt's ja naaaain meine Hoh ich hab keine Hoh mehr und ich hab keine Hohs oh Gott sei Dank oh schön schön ich find das ist gar nicht so schlimm ich lass es ja erstmal an irgendwann nervt es mich wahrscheinlich auch richtig hart aber du bist ja kein Farmer derzeit nein du machst grad ne Felder mehr machst du nicht hä ich baue die ganze Zeit Holz ab oder ohne Hoh ja aber du musst jetzt nicht wie ich 5000 Blöcke hoch gehen oder so'n Scheiß ich mach hier grad irgendwie so ne Steinaushebung äh ah sweet ich hoffe der Kohlelieferant kommt bald Zwischenzeit 9 Minuten und 15 Sekunden noch okay Hot Topic achso oh was möchtest du für'n Ofen haben mhm bisschen Essen wär ganz geil ich hab noch nichts ich hab noch nichts aber ich pflanze grad häufig also richtig viel an aber ich kann dir noch ein bisschen Fleisch bringen mhm oh oder vielleicht auch nur einen Apfel mhm nein das war ein Spaß mhm ich bin alles ich bin so seelisch behindert mhm ich will mir ne Hoh machen und mach mir einfach mal 7x mhm ich glaub du hast ein bisschen zu lange CSGO gespielt alter ne hat ja alles geklappt ich hab jetzt eine Hoh erstmal das reicht oh eine Hoh nein rassist hoffsache jetzt ist das komplette Feld voll mit Weizen außer eins voll Junge bevor ich die Mini richtig anfangen kann muss ich erstmal fettes Terraforming betreiben alter muss ich mir halt totes Kohle machen mann 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 du freck stirb stirb ich lebe an ne scheiß Kuh ich hab jetzt vielleicht mal ein Dach alter ich prüge dir aber richtig windelweich danke scheiße so ich hab zwei Beef und ein Apfel für dich krieg ich dafür einen Ofen ich meine du profitierst ja auch davon ja ok weil du dann kriegst du gebratenes Fleisch irgendwann und Holzkohle kann ich auch herstellen wenn ich dich denn finde ach was ein Bauer weiß nur dass er mit Holz brennen kann ja oh scheiße ne ich brenn mich dann brenn ich dann brenn ich dann brenn ich mit Holz nein oh die Knochen nehm ich auch was auf mich zu sch- ja hier ja hier warte sammle deine Sachen ein da oben ist noch die Slime-Dinger hier so kannst du uns bitte ne Pilzüber oder so machen oder so machen ah da hast du einen Pilz ne ja klar warte danke ich bau dir kurz nen Ofen hast du nen Crafting Table mhm ne deinen Ofen ich kann jetzt 3 Pilze ab machen aber ich möchte die Strahlen hier haben stell die hier hin ja klar Alter Jungs ich hab jetzt schon 3 Sexsteine oh das ist ne Kiste warte mal äh so 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 genau also brauch ich die Knochen auch ja Knochen und die C zu Ende noch hast du so hier hast du eins zwei drei boah vielen vielen Dank kannst du mal einfach mal futtern also brauch ich jetzt die Knochen sonst zieht's gell hast du gesagt brauch ich auch Eichensetzlinge ne erstmal nicht ich hab schon 10 Bäume oder so gepflanzt danke immer wieder schön mit ihnen Geschäfte zu machen die doch und vermeide das Sprinten Schalen bitte aufheben nicht wegschmeißen ok oh ich bin von alleine gefangen haben wir auch einen Arzt ja ich mach so ne massive Stein decke Steine hab ich Steine hab ich Steine hab ich ich hab auch Steine ich könnte hier so ne guten so ne gute Mine anbieten ja was? ne gute Mine ach er verkauft Mine ich bin Minenmakler ich bin Minenmakler ja was aber ich muss ja irgendwo Steine herkriegen und so hebe ich hier grad so noch raus ja bei Fried geht doch eigentlich nicht nicht Berg bauen nein aber ich mach doch Steine wir sollen Steine herbekommen von mir vielleicht? ne das brauch ich mir selber ab wie viel Steine ich brauch hä wenn ich hä wenn ich ja ich hab das erste Mal Möhren scheisse so vorhin mach ich jetzt noch kurz und und das erste Mal Weizen das bedeutet ich kann gleich Kühl ficken lassen aber wollt ihr gleich wieder kurz liefen? oder wie machen wir das schon? kann Setzlinge verbrennen das ist schon gut also ich muss es eigentlich nicht mal liefen ich hab jetzt ne Haus das stimmt auch wieder ja ich hab halt noch keine Außenwände ist gut klar es kann auch nur ein Spiel machen gell? ja das heißt so was wie Wasserflasch und so was ja auch auch nur Schalen kann ich halt äh kannst du also gut lebende Lebenssachen kann jeder aber ja ja das ist auch so ein Nachteil grad bei mir was? ja keine Fackeln keine Lisch na scheiße spenden wir jetzt mal welche ich kann nur die Handzäune machen nur der Bauern ja ja eigentlich ja ja ich bräuchte 6 Zäune ja 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 ich hab auch gar keine ok könntest du mir Zäune machen dafür gebe ich das deine ja wär ganz gut sogar aber aber wie macht man Zäune seit 9 warum darf man nicht Sticks keine Ahnung ok ich finde ich leider nicht kann ich leider keine Wackeln gegen ne das ist Fence ok äh ich lock mich raus also soll ich mir auch sagen wenn ich mich auslangen soll wenn du ein Bett hast es bleibt drin so äh wenn ich geh raus aber ich muss sowieso warten bis Wolfs ich hab 12 Zäune wenn dir das reicht erstmal ich bin bei 27 Minuten hm beende ich die Atme jetzt schon? 2 Minuten haben wir noch ja aber ich bin halt jetzt schon sowieso im screen weißt du ja dann kann man meinetwegen ich bau jetzt noch hier kurz diese äh die 16 Holz die ich noch hab bau ich jetzt noch kurz um ja dann würd ich mal meine Folge an diesem zentralen Punkt hier beenden tschüss wie ihr seht seht ihr am nächsten Tag wie es weiter geht wortwörtlich ob ich einen Plan hab werden wir dann sehen bis jetzt nicht ich wünsche euch noch einen schönen Tag den Rest lasse ich den Herren hier ah ich werde angegriffen